Und ich sage das an dieser Stelle bewusst, 365 Tage im Jahr, 365 Tage im Jahr, das sind 8.760 Stunden, ist jeder Milchbauer für seine Tiere da. Er kümmert sich um seine Tiere, er hegt und pflegt die. 365 Tage, 8.760 Stunden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da ist Silvester, da ist Ostern und da ist der Heiligabend mit einbezogen.